Ja, hallo Freunde, das ist Herr Schäfer, der Padawa beziehungsweise Coach und so weiter und so fort. Und wir haben mal wieder eine spaßige Frage zum Thema Polarität. Eine Zuschauerin, die fragt, kann ich beide Polaritäten, also männlich und weiblich oder jinn und jang, oder Plitschi und Plutschi oder wie auch immer man das nennen will, kann ich die in mir tragen. Lieber Christian, vielen Dank für deine Arbeit und dass du sie hier für uns teilst, findest du auf liebesche.de. Ich bin schon seit Jahren an der inneren Arbeit dran und bin wirklich happy darüber, was die alles lernen und wie ich mich entwickeln konnte. Apropos, guckt auch gerne mal bei Instagram vorbei, da verlosen wir gerade immer mal wieder Kurse im Dezember, so Adventskalendermäßig. Trotzdem ist für mich mit dem Thema Polarität nochmal eine völlig andere Perspektive dazu gekommen. Wenn ich meine Beziehungen, die Probleme, meine eigenen Verhaltensmuster betrachte. Du sagst, dass man entweder gern in der weiblichen oder männlichen Polarität ist. Und dieses auch in ganz bestimmten Dating- oder Beziehungssituationen merkt. Ich bin da für mich irgendwie nicht ganz klar, vielleicht kannst du aus außen stehen und das besser einordnen. Also wenn ich jetzt in der Rückschau betrachte, seit dem 16. Lebensjahr bis jetzt Mitte 30, ich fand schon immer Männer anziehend, die eine weibliche Energie haben. Sehr deep, fürsorglich, warm, offen und verspielt. Keine harten Geschlechterrolle erleben. Gleichzeitig ging es mir irgendwann auf die Eier, wenn sie mir zu bedürftig schien und ich sie zu sehr als Supporten anleiten musste, um Ziele zu erreichen, im Leben klar zu kommen und so weiter. Ja, das hört sich aber eher an, als wenn du ganz normal in Anführungsstrichen mal, es gibt Menschen in der absolut, ich kenne auch Paare, die in einer anderen Polarität sind. Aber das hört sich leider so an, als wenn du ganz normal in einer weiblichen Polarität bist. Das ist immer so ein Problem, dass viele Frauen, weil man so, glaube ich, so verblendet ist von den Medien, schätzen es falsch ein. Oder was bei dir auch sein könnte, können auch so Erziehungssachen, können eine Rolle spielen. Aber das hört sich ganz normal nach einer weiblichen Polarität an. Im Wechsel dazu bin ich da mit Männern zusammengekommen, die souverän, sehr selbstbewusst waren und klar an ihren Zielen. Das wurde mir bis dahin zu viel, weil in diesen Beziehungen leider häufig immer die klassische Frauenrolle erwartet wurde. Und das auch, ja, also ich meine, jetzt moderne Polarität heißt nicht, habe ich auch gerade in meinem Buch ein Kapitel darüber geschrieben, natürlich kannst du eine polare Beziehung haben und der Mann zieht das Kind groß und die Frau geht arbeiten. Das hat halt eine andere, trotzdem ist es anders, glaube ich, wenn es so rum ist. Aber natürlich geht das und gibt es das und kann das sein. Und das ist ja, also Polarität ist schon eng verknüpft mit auch manchmal, nicht immer einer gewissen Toxizität, sage ich mal. Das ist ja das Schwierige bei dem Thema, dass auch viele toxische Beziehungen sind da sehr polar und, ja, das ist alles gar nicht so einfach. Das verstehe ich schon. Und es auch zu Übergriffigkeiten kam, emotional und verbal. Ja, da hast du natürlich Bad Guy gedatet oder was auch immer. Der war polar, aber auch ein Bad Guy. Das ist immer das Schwierige, das zu finden. Jemand, der an der Polarität ist und trotzdem, ja, auch zuverlässig, loyal ist, einigermaßen, das wäre halt die Aufgabe dann. Man muss dazu sagen, dass ich selbst introvertiert bin und gelegentlich auch konfliktscheu und Harmonie lieben. Ständig meine Grenzen aufrecht zu erhalten und zu ziehen, empfand ich als sehr anstrengend. Und, ja, da habe ich mich damals in solchen Beziehungen eher angepasst, bis das Maß für mich dann voll war. Ich bin in einem harmonischen Elternhaus aufgewachsen, wo aber auch ganz klar meine Mutter der eher männliche Pol ist und der Vater der weibliche. Das finde ich jetzt interessant. Das ist, glaube ich, tatsächlich einer der häufigen Punkte, die so für Verwirrung sorgen kann. Welche Polarität bin ich denn einig? Weil das eine ist dann das, was du durch soziales Lernen gelernt hast. Die Mutter oder die Frau muss so sein in der männlichen Polarität. Aber innen drin spürst du vielleicht trotzdem was anderes, was du eigentlich gern möchtest. Und das kann schon sehr verwirrend sein. Ich denke, das ist Ursprung für deine Verwirrung. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Der Vater der weibliche. Es funktioniert bei Ihnen. Hope so. Meine Mutter gibt den Ton an. Beide fühlen sich wohl damit. Mein Vater bringt da die Ruhe und Ordnung rein. Meine Mutter gibt die Marschrichtung vor. Ich habe mit ihnen auch oft drüber gesprochen. Sie wollte es ganz bewusst so, damit ihr kein Mann auf der Nase umtanzt. Ja, da frage ich mich aber auch bei deiner Mutter. Das ist nämlich der zweite Punkt. Dass manche Frauen eben keinen Bock mehr haben auf die weibliche Polarität, weil sie grenzüberschreitende Erfahrungen gemacht haben mit Männern. Oder auch mit dem eigenen Vater. Und vielleicht zieht sich das, ich meine, das ist jetzt rein hypothetisch, vielleicht zieht sich das durch eure Familie durch, dass deine Mutter vielleicht auch eigentlich lieber in der weiblichen Polarität wäre, aber macht es nicht aufgrund ihrerseits negativer Erfahrungen. Du siehst es, du lernst es. Aber vielleicht will keiner von euch in eurer weiblichen Generationslinie in der männlichen Polarität sein. Das ist alles, vielleicht sind das alles nur anerlernte Sachen oder so Stressreaktionen, also wie soll man sagen, so Überlebensreaktionen. Kann gut sein. Das ist, glaube ich, gar nicht so selten. Sie findet klassische, sehr maskuline Männer unattraktiv. Okay, ich kenne dieses Narrativ auf der Kindheit. Meine Oma hat dieses exakt auch so erzählt. Der Grund liegt da klar in der katastrophalen ersten Ehe. Ja, das heißt für mich aber auch wieder, also egal, was ihr da jetzt sagt, dass ihr Männer unattraktiv findet, die polar sind, gibt es so zwischendurch immer wieder Hinweise, dass es doch vielleicht einen anderen Grund gibt. Ich meine, ich will dir das gar nicht absprechen. Also wenn dir das Spaß macht, in einer männlichen Polarität zu daten, alles fein. Aber du wirfst immer wieder Sachen ein, die eben auch andere Gründe liefern, warum das vielleicht so ist. Hier haben wir jetzt also die erste Ehe, so die Scheiße gelaufen ist, vielleicht. Genau. Danach hatte sie alles im Griff. Ja, hat AK vielleicht die Polarität gewechselt. Aber nicht, weil sie es wollte, sondern so ein bisschen überlebensmäßig. Und auch so meine Mutter. Bloß keine schwache Frau sein. Ja, genau. Und über sich selbst bestimmen lassen. Aber weißt du was? Du kannst in der wahllichen Polarität sein und trotzdem sauber abgegrenzt sein und selbstbewusst und dir nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Das geht durchaus. Man muss da nicht gleich so in die Männliche wechseln. Das muss nicht zwingend sein. Long story short. Ich glaube, ich habe mit meinen Beziehungen vielleicht den Extrem bewegt. Ich glaube, du bewehst dich zwischen zwei Polen. Einerseits ist das, was so die matriarchale Linie da so vorgibt. Und das andere ist, was du vielleicht wirst. Das ist schon ein spannender Punkt. Ich wünsche mir schon einen Partner, der tiefgründig, spirituell, fürsorglich ist und mit dem ich gleiche Werte und Ziele teile. Aber ich möchte eben mich auch anlehnen können. Anlehnen können. Das ist ja so typical weibliche Polarität. Und nicht immer alles eigenveranläufig steuern müssen. Also für mich redest du so, basically redest du so wie eine Frau, die eine weibliche Polarität ist. Also kann ich jetzt zum Beispiel als Mann überhaupt nicht sagen, dass das irgendwie, ich glaube schon, dass meine Grundpolarität die münliche ist. Also ich kann jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich das irgendwie möchte, dass ich mich, weiß ich nicht, bei einer Partnerin dauerhaft anlehnen möchte oder dass ich keine Lust hätte, eigenverantwortlich Sachen zu steuern. Dann kann ich also mir überhaupt nicht fühlen, zum Beispiel gar nicht. So. Aber eben auch eine gewisse Boden, warte mal, jetzt habe ich den Satz, nicht immer alles an der Eigenverantwortlich steuern zu müssen. Eben auch eine gewisse Bodenständigkeit, auch beim Mann. Ja, der Mann ist der Fels, die Frau ist das Wasser, was drumherum schwappert oder die Frau ist der Vogel, der immer rumfliegt. Ja, das ist weibliche Polarität. Auch wenn ich das Ruder, wie gesagt, gerne in der Hand habe. Ja, das ist die Frage, ob das, also man letztlich kann es nur du das wissen, ich kann dir das nicht sagen. Aber die Frage ist, mit was du dich wirklich wohlfühlst. Und da musst du wahrscheinlich noch ein bisschen Soul-Searching betreiben. Für mich fühlt sich das ambivalent an. Ja, eigentlich ist alles im Leben ambivalent. Man muss einfach versuchen, durch diesen Irrsinn seinen Weg zu finden. Haha, der möchte dich fragen, kann man beide Pole in sich tragen? Ja, was kannst du, weiß ich nicht. Jetzt fällt mir das coole, kann nicht so ein richtig gutes Beispiel sein, aber, weiß ich nicht, kannst du Mond sein und Sonne? Kannst du anziehend sein und abstoßen? Kannst du, ich weiß ich nicht, also okay, die krasse Metapher fällt mir gerade jetzt nicht ein, aber ich glaube, es ist schwierig. Es ist, glaube ich, schwierig, weil das sind ja so grundlegend andere Energien und ich will jetzt überhaupt nicht absprechen, dass es Menschen gibt, die da auch mal wechseln wollen können, denen das ein Anliegen ist. Ich muss tatsächlich sagen, ich höre dazu mal wieder drüber, aber die Menschen, die ich privat wirklich kennenlerne, auch Klienten und Klientinnen, die ich kennenlerne, sind eigentlich zu 95 Prozent, 98 Prozent, würde ich mal sagen, oder vielleicht sogar noch mehr, ist ganz klar, was das so ihre Lieblingspolarität ist. Jetzt muss ich allerdings auch sagen, ich bin jetzt nicht naturgemäß und jeden Tag unterwegs in irgendwelchen Queeren-Bubbles oder so, also da bin ich mir nicht so ganz klar, also könnt ihr auch gerne mal schreiben, wenn ihr zuschaut und datet er Queer, wie ihr das so seht, auch die Paare, die ich hatte, die Queer waren, auch ganz klar, wer welche Polarität hatte, aber ich kann jetzt schlecht sagen, ob die, die vielleicht wechseln würden mit einem anderen Partner, wie gesagt, man kann jetzt auch sagen, deine Mutter hat das ja auch unter Umständen gewechselt, oder die Roma war jetzt gar nicht mehr hier, aber das ist ja so, nicht ich will das gerne, sondern nee, ich will mich auf gar keinen Fall wieder schwach machen lassen, das ist, ja, das ist ja was anderes, als so, ach nö, jetzt möchte ich mal so, jetzt möchte ich mal so, also ich denke, wenn du da so im Reinen mit dir wärst, dann, du kannst ja machen, was du willst, dann datest du mit dem einen Mann so, mit dem anderen Mann so, aber offensichtlich bist du ja nicht da so im Reinen mit dir, sonst würdest du ja nicht schreiben, und, aber wie gesagt, du klingst so, wie eine Frau, an der weiblichen Polarität, das ist, im Großen und Ganzen, äh, und auch mal der männliche und der weibliche Pol sein, ja, aber ich meine, das ist, wir reden ja nur über Dating, wir reden nur über Dating, äh, du kannst auf die Baustelle gehen und Bauleiterin sein und voll deine männliche Polarität leben, oder der Mann kann, äh, keine Ahnung, Kinderkrank, äh, Kinderkrankenschwester sein, Kinderkrankenpfleger, oder wie auch immer man das heutzutage nennt, ähm, und, ähm, ja, voll seine weibliche Polarität leben, das geht ja nur im Dating-Bereich so, ne, und natürlich, wenn du länger in einer Beziehung bist mit jemandem, kannst du auch mal einen Tag haben, wo ihr vertauschte Rollen spielt, oder, natürlich ist dann auch als Mann mal schön, äh, wenn die Frau mal gerade irgendwas klärt, obwohl irgendwie, ich kann das in mir überhaupt nicht fühlen, weiß ich auch nicht, ich, aber gut, äh, könnte auch mal sein, oder es, oder es ist auch mal schön, wenn die, äh, der Mann sich mal, äh, schwach macht, oder so, natürlich, wenn es, wenn es die Ausnahme ist, so, ne, klar, aber ich glaube, wir machen uns was vor, wenn wir denken, wir würden ständig die Polarität wechseln, ich glaube, das ist ein Märchen, das ist ein totales Märchen, aber ich will es nicht, wie gesagt, ausschließen, dass es Bereiche gibt, Bubbles gibt, wo das so ist, und vielleicht ist das bei dir so, ich habe ja, kann aber nur ein paar Gedanken reingeben, und, genau, ähm, ich kann mich gerade keinem Pol zuordnen, meine Freunde, und auch andere Menschen spiegeln mir, dass ich Ruhe und Geborgenheit ausstrahle. Das gebe ich auch total gerne, bin sehr gerne fürsorglich und feinfühlig. Ich kann aber auch führen, und bin erster Ansprechpartner bei Problemen und pragmatischen, rationalen Hilfestellungen. Ja, wie gesagt, das, wir reden ja nur über diesen Lebensbereich Dating, ne, also, kein Thema, aber, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht so in die Falle gerät, so, ich bin sowas ganz, bei mir ist das so ganz kompliziert, und ich bin sowas ganz, äh, Besonderes, natürlich ist jeder irgendwo was Besonderes, klar, aber, ähm, wir machen uns das Leben manchmal schwer, wenn wir mal denken, das wäre so ein ganz besonderer Fall, das ist ja bei toxischen Beziehungen auch so, ich kenne das auch von früher, als ich da selber noch mit verwickelt war, dass man so denkt, so die eigene Geschichte ist sowas ganz Besonderes, und wenn man dann feststellt, oh, das ist eigentlich bei allen gleich, natürlich trotzdem ist es für jeden besonders, aber mit der Polarität ist halt auch so eine Sache, ich, also, wie gesagt, ich kenne Frauen, die in der männlichen Polarität sind, aber, es ist jetzt nicht so die Mehrzahl, und die, die, also die ich jetzt so kenne, die sind auch immer so, ne, die, die, die wechseln da nicht, und, ja, keine Ahnung, also, wie gesagt, und, und das heißt ja nicht, dass wir nicht, beide, also alle uns haben beide Pole in sich, ist die Frage nur, was ist dein Lieblingspol im Dating, um nichts anderes geht es dir bei dem Thema, äh, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich ist es den Wald verlauter Bäumlich, und es hat gar nichts mit Polarität zu tun, doch, 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 das schon, aber, ja, aber keine Ahnung, schreibt ihr doch mal, die ihr das zuhört, in die Kommentare, wie ihr das seht, vielleicht, guck mal da der Sache näher, okay, ciao.